Musik Mit Vollspann zu, vielleicht stoppt er auch nicht gut genug, um das direkt umzusetzen, aber wenn einer einen guten Schuss hat, dann Altintop. Auf der anderen Seite, Gammel! Gammel! Das ist der Unterschied. Und das ist ein internationaler Klasse-Stil da vorne. Schönes Anspiel von Thomas Müller. Natürlich kein Abseits, aber komplett verschätzt und verkalkuliert hat sich das Servet. Und dann ist das einfach fantastisch gemacht. Das ist das Selbstvertrauen. Angenommen, der Ball liegt sofort. Jetzt diese Bewegung gegen Perfette, naiv verteidigt. Und da, voll drauf gehalten, unhaltbar, perfektes... Musik Musik Da i øvrigt formentlig indøvede offenslige varianter, bare kan lægge den fuldstændig oceaneret ind. Se hvor gode tiden har vi. Ikke kun det der chip der, men det er jo også gennembrudt indtil da. Det kan være så utrolig meget plads til tilbækket. Hvor er det jo her omkring. Det er, jeg synes ikke jeg kan huske noget det ene med. Ja, det er godt noget voldsomt. Det er, takvå, na sainte tej saman gazete. Sbordne Chikhi. Ispelduert tredje restanung. A nej, чуть позже. Sjöp matchi открыt. 1-0. 5-a minuta. Huan Mata sumel-tacki распечатatet, perlodet mяч na levue nogu. Ne było положения vnei игры. Zaspoelte, zasiedelte. Roman Gubnik. Prozewal det podkjænje Huan Mata. I очень prosto, легко og непrinustenno. Huan Mata отправil mjæk i setk uvord Petra Čeha. Peredatsa vræz. Ogromnigše projekte. Portugal, den Überraschungsviertem in der Tabelle. Er hattestun. Spielt mittlerweile in Spanien. Zum 1-0 gegeben und machte dann das... Dem Überraschungsviertem in der Tabelle. Der Hattestlage zum 1-0 gegeben und machte dann das... 13 Punkten gleich auf an der Spitze dieser Gruppe H. Portugal also unter Zugzwang, zumal die Dänen schon vorher Zypern geschlagen hatten. Das Spiel hatte früher begonnen. Und entsprechend wichtig war es, dass sie gleich in der 13. Mit der Torschütze per Kopf. Die Flanke kam von Eliseu, der die kurzgespielte Ecke direkt weiterleitet. Nani, der Mann von... Erhert, die Gäste rullte wholen. Die Flanke kam von Eliseu, der Nani. Vielen Dank.